Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo. Ich habe heute das Kunden angespielt von Stack Shack. Ich glaube Stack Shack. Im Hintergrund haben wir einfache Kunden. Im Hintergrund haben wir Karten, die unseren Karten abführen. Okay, meine Lieben. Dann machen wir weiter. Iron Deposits. Ah, das ist cool. Das braucht man auch. Das ist nicht schlecht. Ah, das heißt, es ist mehrere Sachen drinnen. Okay, wir haben gesagt, du kommst zurück und machst gemeinsam mit Essen. Nein, nicht in Milch. Bibi. 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 Shake. Der dann wieder verkauft werden wird. Äh, gegessen werden wird von irgendjemandem. Einbar Plank. Was haben wir gesagt brauchen wir dafür? So, machen wir Iron Deposits. Einfach damit wir Iron Ohr wieder umwandern können. Was wollten wir machen? Wir wollten ein Animal Pen machen. Dafür brauchen wir zwei Planks. Zwei Wood und ein Iron Bar. Jetzt das Plank anbier. Und ein neues Warehouse sollten wir dann auch wieder bauen. Einfach wieder hoch. Wie geht's mit einem Rekord? Wie geht's mit einem Rekord? Wie geht's mit einem Rekord? Ich habe die Rekord. Wie geht's mit einem Rekord? Das ist wieder ein Rekord. Doch, ein Coin jetzt im Iron Deposit. Mushrooms bleiben übrig. Wir machen da wieder einen Mushroom drauf, damit uns nicht ausgeht. Ich habe einen Ein-Oar. Ein Ein-Oar und Wundt. Ein Ein-Oar. Ein Ein-Oar. Ein Ein-Oar. So, was machen wir mit dir? Ah, du gehst nicht locker. Hat auch noch aufgebraucht. Nochmal Brick. Und du kannst in der Zwischenzeit aufmachen. Nochmal noch gar nichts. So einen Quarry drehen. Zut. Ich wusste nicht rum. Hey, I am da. Oh. Warum? Ah, der ist weg. Wir können nicht nochmal was machen. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. Oh, Fenster. Kann ich nicht mal ankommen. Uh, Fenster. Kann ich nicht mal ankommen. Kuh bleibt da oben, bitte. Wenn nicht passieren könnte, wäre ich total gefordert mit diesem Spiel. Das rein und. Nein. Mushrooms rein. noch ein Iron-Deposit. So, warte mal. Du bist mir frei und noch ein Glüh. Weil, wie schon gesagt hat, immer Pan dann recht nett, wenn man hätte. Diese Kuh macht mich wahnsinnig. Noch ein Milkshake. Milkshake. Achso, warte mal. Du kommst da her. Und machst noch ein Blick. Milkshake. Und wird möglicherweise eben noch mal verkauft. Wenki. Ja. Ja. Jetzt wird auf jeden Fall mal gegessen. Ja. Baby. Was? Was? Sie essen den zweiten Milkshake auch? Nein. Nein. Das Baby braucht nur ein Essen. Deswegen. Ach. Gott sei Dank. Milkshake im Market wird nicht verkauft. Das hätte mich jetzt angepisst. So, die zwei Äpfel verkauft. Ähm. Passt. Die Onions haben wir nicht gegessen. Aber wir bringen nur ein Essen dessen wahrscheinlich. Ja. Machen wir weiter, oder? Bald. Bald kriegst du deinen Animal Pen. Ein Brick wird verkauft. Oh, wir haben 30 Coins. Wir könnten Sachen kaufen eigentlich. Ja. Du gehst in die Mountains. Wo sag ich meine Milit? Ah. Milit. Du gehst in die Mountains. Du gehst in Iron Deposit. Wir könnten... Wir könnten... Mehr Baby. Nein, 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 nein. Zuerst das Animal Pen, dann noch ein Warehouse und dann eine Farm aus dem Säule. Ja. So. Können wir eine Farm machen. Die Farm brauchen wir zwei Bricks. So. Da haben wir Mut. Noch ein zweites Mut brauchen wir hier. Ich kann mal was machen. Ich kann mal was machen. Ich kann mal was machen. Ist eh klar, Steine. Wir wollen gerne Mut. Danke. Okay. Im Bergen Kuh. Mushrooms. Da kommt noch ein Mushroom raus. Onion rein. Echt? Wir haben einen Stein aus dem Iron Deposit rausgeholt. Das brauchen wir hier rein und aufzumachen. Ja. 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 So brauchen wir die ganzen Sticks, trage ich mich gerade. Ah, wir könnten einen Apfel bauen. Wir bauen einen Apfel und einmal Mushrooms. Oder nochmal so. Wir haben schon wieder zu viele Karten. Das ist sehr ärgerlich. So, du musst das da. Animal Pen can hold five animals, thank you. Jetzt springt das Vieh nicht mehr rum. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Noch ein Iron Bar. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Ich trinke mal kurz ein Wasser. Ich mach mal anders bauen. Noch mal fürs Warehouse. Einmal ein Stein. Einmal ein Iron Bar. Oh. Stein. Einmal ein Stein. Einmal ein Iron Bar. Oh. Stein. Einmal ein Stein. Foto. Einmal ein Stein. Einmal ein Stein. So, was verkaufen wir als nächstes? Wir haben Kuh und der wir den verkaufen. woher habe ich ein krieg was und er ist einfach durchgeblieben so dann bekämpft so viel fahren brauchen wir briggs noch mal wir brauchen briggs also alles und so briggs hätten wir das heißt holz vor allem holz vor allem finde ich du hast du gut ja dann bin ich mal an den box noch ein warehouse so wir haben einen hoffen noch mal fix klar oder für wir brauchen Trees vor allem. Gary Bush. Stone brauchen wir auch nicht. Rock brauchen wir auch nicht. Okay. Hasen. Perfekt. Gut. Ist okay, I guess. Warum wäre man natürlich lieber gewesen? Hasen machen Puh, soweit ich weiß. Können wir bitte mehr Bäume kriegen? Das ist hoffentlich nicht. Einmal noch. Warte mal, das ist der Rock. Du gestört die Jettmann. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kriegen wir dann Bettel. Und noch ein Berg. Er wäre ja auch zu einfach gewesen. Kann man sich einfache Trees kaufen? Wahrscheinlich nicht. So, warte mal, da haben wir Bricks. Das Bricksäule. Und was brauchen wir noch für Planks brauchen wir. Wir brauchen Holz. Noch ein Häschen. Noch ein Wood. Nur immerhin, das können wir verwenden. Und noch ein Busch. Na ja. Das Essen geht uns zumindest nicht offen. So, was brauchen wir eigentlich für Schwierter? Ein paar und zweimal Stick. Machen wir doch klar ein Schwierter. Noch. Feed Villagers. Na dann essen wir mal. Beeren, 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 Beeren. Was? Eine Karte ist übrig geblieben? Noch immer eine Karte übrig geblieben. Wir verkaufen ein Brick. Dann haben wir zurückgeblieben. Ein Strange Portal. Oh Gott. Oh oh. Ich meine, deswegen ist das gut, wenn wir langsam was sich an Schwierter brauchen. Weil wer weiß, was es ist. Ein Strange Portal. Das stimmt. 这 stimmt. So. 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 OUT. So. 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 Okay. Du, ich muss nur die Kämpfer jetzt. Du bist hier. Das ist ein Plank, 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 Plank. Und dann das Säule hier. Dann können wir eine Farm bauen. Ein Villager, yes. Wo gebe ich dich hin? So onion, every, mushrooms. Dann geben wir den Onion da drauf. Und den Apfel da drauf. Und das für das Seil warten wir noch, weil... Ach, da sind wir gleich noch. Für die Farm. Vielleicht hab ich halt mehr als genug Essen. Geht sich schon aus alles. Bestimmt, ob wir noch mehr Essen kaufen. 38 Geld hier. Okay. Nehmen wir noch einen Flint. Ein Swordsman, yes. Jetzt können wir uns den Apfel bauen. Ist das gar nicht. Können wir aber nicht. Also... Goblins und Reds, okay. Nein. Ich bring dir gerade einen Swordsman um. Oh. Nein. Du hast eine Giant Red gefunden. In den Mountains. Find ich nicht gut. So. Gib bitte den Swordsman aus. Und kümmere dich bitte um die Rabler oder Swordsman. Du hilft aber eine Giant Red. Ah. Ah. Alles geht den Bach runter. Du komm da und geh auch mit. Eine Giant Red ist gefährlich aus. Okay. Aber wir scheinen damit klar zu kommen. So. Swordsman. Da hilf mit. In den Mountain. Du geh in den Apfelbaum. Das Portal ist aber da, um uns umzubringen, nehme ich mal an. So. Poop. Warte mal. Da könnten wir eigentlich Mushrooms drauf ziehen. Du geh in den Waren. Noch einmal Bone. Noch einmal Poop. Da könnten wir... Harry Bushes drauf ziehen. Alles gut. Alles gut. Und jetzt... Baut man gestern. Oh. Wir brauchen ein Baby. Gestern hier. Jetzt da her. Let's da her. Let's make another Baby. Oh. 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 Zwei. Okay. Aufregung genug. Bis später. Vielen Dank.